Yo Leute und willkommen zu einem kleinen neuen Video für Zwischendurch. Damon hat einen ganz interessanten Post gemacht und dort sieht man einen Kapuzenmantel, der wohl bald limitiert in den Merch-Shop kommt, also 100 Stück gibt es scheinbar. Sieht auf jeden Fall ganz nice aus, also vielleicht gönne ich mir den mal mal schauen. Viel wichtiger ist aber der Kommentarbereich und zwar hat jemand gefragt, bist du noch bei BBM? Damon hat darauf geantwortet, dass er zur Cypher-Zeit BBM zwar supportet hat, aber niemals unter einen Vertrag gehen würde, also ist er gar nicht bei BBM. Sowohl jetzt nicht, als auch damals nicht. Wie das mit Johnny Dixon aussieht, weiß man natürlich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass die beiden nicht bei BBM sind, sondern das Ganze nur supportet hatten. Ist eine ganz interessante Wendung, aber joa, finde ich jetzt auch gar nicht schlecht, also sollen die machen, wie sie wollen. Ich hoffe trotzdem auf das ein oder andere Feature in der Zukunft, das wäre auf jeden Fall cool. Naja Leute, damit sind wir auf jeden Fall einer Frage näher gekommen und zwar wird ja momentan immer wieder gefragt, ob Yuri, Damon und Johnny überhaupt noch bei BBM sind. Von Damon wissen wir jetzt schon mal, dass er nie bei BBM war. Ist auf jeden Fall ganz interessant. Naja gut Leute, viel mehr ist es jetzt aber auch gar nicht. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und wenn ihr Bock habt, könnt ihr ja eine Bewertung da lassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.